Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leichtgemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute bei meiner zweiten Sondersendung des Podcasts Weinverstehen leichtgemacht begrüßen zu dürfen. Heute in ganz eigener Sache, denn ich freue mich sehr, euch meine neuen Online-Weinkurse vorstellen zu dürfen. Ab sofort findest du auf meiner neuen Webpage www.online-weinkurs.de eine ganze Reihe von interessanten und gleichermaßen unterhaltsamen Online-Weinkursen. Auf dieser Seite findest du 13 gleichermaßen informative und unterhaltsame Online-Weinkurse. Zwei davon sind rein theoretisch und die anderen elf sind dann praktische Kurse, in denen wir insgesamt 23 hochwertige Weine verkosten werden. Dank der Corona-Krise hat sich die Konzeption und die Erstellung meiner Online-Weinkurse und insbesondere deren Videos etwas verzögert, sodass im Augenblick dort nur die ersten vier Kurse zu finden sind. Ja und diese ersten vier Kurse, also das wären dann zwei Theorie-Kurse und zwei Praxis-Kurse, biete ich dir auch als Bundle an, als Basisseminar mit dem Titel Vom Genießer zum Weinkenner und insgesamt erwarten dich dort bereits ca. 5 Stunden 30 Videomaterial. Ich bin weiterhin fleißig am Aufnehmen, sodass ich ungefähr im Zwei-Wochen-Rhythmus wahrscheinlich sogar ein bisschen schneller die neuen Kurse dann nachreichen werde und dich dann zeitnah innerhalb meines Podcasts hier an dieser Stelle oder auf einen meiner Social-Media-Kanäle zu informieren, wann dann die nächsten neuen Kurse online sind. Auf dieser Seite findest du auch ein Schnupper-Video, das ich dir dort kostenlos zur Verfügung stelle. Dabei handelt es sich um einen kleinen Kurs, einen kleinen Vorgeschmack, was dich in meinen Online-Weinkursen hier erwartet. Dort habe ich die fünf häufigsten Fragen aus meiner achtjährigen Seminar-Erfahrung zusammengesammelt und stelle dir die Antworten in einem unterhaltsamen und kurzen Video zur Verfügung, sodass du sehen kannst, welche Qualität an Online-Kurs, Online-Weinkurs du bei mir erwarten darfst. Die Weine wurden mir freundlicherweise von meinem langjährigen Business-Partner Venexus für die Produktion zur Verfügung gestellt und diese 23 Weine könnt ihr auch bei mir auf dieser neuen Homepage online-weinkurs.de eben auch bestellen. Und diese Weine habe ich für euch schon in Weinsets vorkonfektioniert, also passende Pakete geschnürt für die einzelnen Weinkurse. Und das günstigste Paket geht los bei 24,90. Ja, die Preise findet ihr bei mir auf der Homepage und die sind natürlich mehr oder weniger zum gleichen Preis wie bei Venexus bei mir zu erhalten. Die Kurse im Einzelnen, es wird zwei Theoriekurse geben. Der erste Kurs wird heißen von der Rebe in die Flasche. Dort erfahrt ihr alles Wesentliche zu Weingesetzen, zu der Pflanze edle Weinrebe, die uns die Weine beschert und auch eine Menge zu der Vergärung, zum Ausbau der Weine und auch zu Flaschengrößen und Flaschenverschlüsse. Der zweite theoretische Kurs nennt sich Wein richtig kaufen, lagern und servieren. Dort nähern wir uns dann quasi den Produkt Wein richtig an. Es geht in erster Linie ein bisschen um die Etikettenkunde, also was sagt mir das Weinetikett, wie lagere ich Wein richtig, welche Bedingungen müssen dafür herrschen, damit ein Wein lange lagern kann und am Schluss eben auch, wie ich den Wein richtig serviere. Da geht es dann um das Thema Karafieren und Weinglasformen. Ja, Gläser ist noch das nächste Stichwort. Mein Lieblingsweinglashersteller, die Weinmanufaktur Salto aus Österreich, war ebenfalls so freundlich und hat mir für die Produktion die Gläser aus ihrer Denkart-Serie zur Verfügung gestellt und ich freue mich sehr, euch auch diese Gläser in meinem Online-Shop auf online-weinkurs.de anbieten zu können, zu den ganz üblichen empfohlenen Verkaufspreisen. Der große Vorteil dieser Gläser ist zum einen die Machart und die hervorragende handwerkliche Kunst, die in diesen Gläsern steckt. Es macht einfach unheimlich Spaß, aus diesen Gläsern Wein zu trinken und zu probieren und der ganz praktische Nutzen wäre, da ich diese Gläser auch bei den Verkostungen selber verwende, dass wenn ihr diese Gläser auch verwendet, dass die Sinneseindrücke, die Empfindung des Weins noch nachvollzieher und reproduzierbarer ist, sodass wir wirklich von gleichen Bedingungen sprechen können, wenn ihr die Weine genauso verkostet wie ich. Und diese Gläser gibt es dann ab 28.90 Uhr auf meiner Homepage. Dann geht es eben weiter mit den elf praktischen Kursen, in denen wir jeweils zwei bis vier Weine probieren. Im dritten Kurs geht es dann um die Verkostungstechnik, im vierten Kurs um objektive Beurteilung der Weinqualität und damit natürlich auch um das Preis-Genuss-Verhältnis und um die sehr wichtige Frage, was darf oder muss guter Wein kosten. Jeden dieser vier einzelnen Kurse biete ich dir für 29 Euro an und die vier Kurse als Bundle, als das sogenannte Basisseminar vom Genießer zum Weinkenner zum Sonderpreis zu 97 Euro. Im Anschluss beschäftigen wir uns mit den drei wichtigsten Weinfarben, also Weißweine, Rotweine, Roséweine und dann im achten Teil beschäftigen wir uns mit den Orange-Weines und den Amphorenweine. Im Anschluss daran gibt es zwei Kurse zum Thema Schaumweine und den Abschluss bilden dann die Süßweine im elften Kurs und im zwölften Kurs die Likörweine, also die aufgespritteten Weine, die man so nennt, weil ihnen Alkohol zugesetzt worden ist. Und last but not least wird es dann nochmal sehr praktisch für das tägliche Doing mit Wein, wenn man so möchte. Und zwar der 13. Kurs nennt sich Kombination von Wein und Speisen, wo wir dann anhand von vier Speisen-Stellvertreter, die die klassischen Geschmacksrichtungen repräsentieren sollen, versuchen herauszufinden mit vier Weinen, welche Kombinationen gut harmonieren und welche Kombinationen sich nicht empfehlen. Das ist also dann nochmal ein sehr praktischer Kurs. Insgesamt ist mir wichtig festzuhalten, dass für diese Online-Weinkurse keine Vorkenntnisse nötig sind, aber ihr werdet bei mir sehr viel Informationen erhalten, die euch einen wirklichen Deep Dive in das Thema Wein ermöglichen. Die Einzelkurse fangen im Moment bei 29 Euro an, später wird es dann auch einzelne Kurse für 19 Euro geben bis 39 Euro. Und wie gesagt, die ersten vier Kurse gibt es als Bundle, als Basisseminar für 97 Euro. Und die passenden Wein-Sets zu den einzelnen Kursen fangen bei 24,90 Euro an. Und das 6er-Set für das Basisseminar gibt es für 91,50 Euro. Zuzüglich Versandkosten, die erspare ich euch aber, wenn ihr insgesamt für mehr als 99 Euro in meinem Webshop einkauft. Die gesamte Weinpalette, also 23 Weine, für 329 Euro statt knapp 370 Euro. Und auch im Rahmen der Online-Weinkurse soll es noch ein zusätzliches Angebot geben für diejenigen unter euch, die mit mir persönlich im direkten Austausch die Weine verkosten möchten. Oder auch andere Weine zu einem Thema eurer Wahl besprechen möchtet, mit mir gemeinsam verkosten möchtet. Es wird für euch auch die Möglichkeit geben, in Zukunft mit mir eine Online-Weinprobe abzuhalten. Entweder mit den Weinen aus dem Weinkurs oder wie gesagt mit einem Wein oder Weinen eurer Wahl. Und das Ganze freue ich mich, euch anbieten zu können für 59 Euro die Stunde. In einer Stunde kann man normalerweise ganz gut zwei bis drei Weine besprechen. Wenn es mehr sein soll, dann können wir natürlich auch ein bisschen in die Länge gehen. Aber das Ganze natürlich dann auch nur nach Terminabsprache. Und die Details besprechen wir dann am besten ganz persönlich im direkten Kontakt. Also nochmal das Ganze zusammengefasst. Auf meiner Seite findest du 13 Online-Weinkurse. Davon sind zwei reine Theorie-Kurse, elf praktische Kurse. Die ersten vier gibt es als Basisseminar. Und die anderen Kurse reiche ich euch dann peu à peu nach. Während den praktischen Kursen verkosten wir insgesamt 23 Weine, die du bei mir in den passenden Sets zu den Kursen bestellen kannst. Die von mir bevorzugten und auch verwendeten Salto-Weingläser findet ihr auch in meinem Webshop. Dort geht es dann los ab 28,90. Da gibt es aber auch Preisnachlässe im Zweier- oder Sechserpack. Und wie gesagt, die individuelle Weinprobe per Skype oder Zoom ab 59 Euro die Stunde. Ich hoffe, euer Interesse geweckt zu haben. Ich würde mich freuen, dann euch in den Videos begrüßen zu dürfen. Und bis dahin verbleibe ich wie immer mit genussreichen Grüßen aus München. Euer Florian. Ciao, servus und bis bald. Euer Florian.